Robin hier von Post Professionals. Hier für euch ein Kapitel aus einem meiner längeren Videos, zu dem ihr alternativ auch hier oder in der Beschreibung den Link findet, wenn ihr lieber alle Themen am Stück schauen wollt. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei, der Link dahin auch in der Beschreibung. Jetzt aber frohes Lernen! Nun, also, nach einigen sehr coolen video-relevanten Verbesserungen schauen wir uns jetzt mal eine Verbesserung an, welche nicht nur mit Audio zu tun hat, sondern auch etwas ist, auf das viele Leute, ich glaube, schon eine Weile gewartet haben. Und das sind Audio-Überblendungen. Ja, etwas, das bisher seltsamerweise nicht möglich bzw. eher nur umständlich zu machen war, ist nun ein einfachen Menübefehl oder Tastaturkürzel entfernt. Ich betone natürlich die Tatsache, dass es sich um Überblendungen handelt, da es seit einigen Versionen ja schon einfache Auf- bzw. Abblenden gibt, die über einen Menübefehl oder einem Tastenkürzel angewendet werden können, vorausgesetzt man hat tatsächlich einen dafür zugewiesen. Eine Funktion, mit der ich persönlich völlig zufrieden war, da ich mich nicht daran erinnere, wann ich das letzte Mal nur eine Überblendung für Audio und nicht nur eine kurze Abblende benötigt habe, um mögliche Knackser z.B. bei Umschnitte zu vermeiden. Also das gute alte Null-Durchgangsknacken. Etwas, das sicher jeder irgendwann mal erlebt hat. Wie funktioniert das Ganze also? Ich öffne mal die Einstellung mit Command-Komma. Und hier unter dem Bearbeitung-Reiter sehen wir neben den bereits bekannten Einstellungen für das Ein-Ausblenden, Einzelbilder und Übergänge eine neue Einstellung für das Einstellen der Länge der besagten Überblendungen. Wie man sieht, habe ich meine Ein-Ausblendungen auf sehr kurze 0,1 Sekunden eingestellt, da ich sie wie gesagt im Grunde nur als Sicherheitsmaßnahme verwende, um mögliches Knacksen zu vermeiden. Wie man bei mir auch im Ändern-Menü im Untermenü ein Ausblenden anpassen sehen kann, habe ich es Alt-A über den Befehls-Editor zugewiesen, so dass wenn ich beispielsweise diese beiden Clips auswähle und deren Audio mit CTRL-S erweitere, damit wir das Ganze besser sehen können, die derzeit keine Änderungen an den Steuerelementen für das Überblenden haben, wie man sehen kann, wenn ich mit der Maus über das Audio fahre, jetzt einfach nur Alt-A drücken muss und die sehr kurzen Audio-Auf- und Abblenden werden erzeugt. Kurz genug um nicht bemerkt zu werden, aber eben lang genug um mögliches Knacksen zu vermeiden. Ansonsten hat sich an den Clips aber nichts geändert. Das widerrufe ich mal. Die neuen Überblendungen sind normalerweise auch standardmäßig auf 0,1 Sekunden eingestellt, so dass ich sie technisch ab jetzt anstelle von den anderen verwenden könnte, aber ich habe sie auf eine Dauer von einer Sekunde eingestellt, damit wir besser sehen können was passiert. Ich kann das Einstellungsfenster schließen und wenn wir noch einmal in das Ändern-Menü und das Untermenü schauen, sehen wir, dass es einen neuen Befehl zum Überblenden gibt, welcher den Kürzel Alt-T hat. Also mit noch ausgewählten Clips kann ich jetzt einfach Alt-T drücken. Und wie man sehen kann, wird das Audio jedes Clips automatisch erweitert. Und wenn ich mit der Maus über ihr Audio fahre, kann ich sehen, dass auch über die Steuerelemente für das Überblenden eine Überblendung erzeugt wurde. Interessanterweise auch mit einer S-Kurven-Überblendung. Wobei in diesem Fall führt eine Erweiterung des Audios natürlich nur dazu, dass zusätzliche Dialoge zu hören sind, die ich eigentlich nicht möchte. Es ist also wirklich eine Frage von Fall zu Fall, was am sinnvollsten ist. Aber so oder so haben wir jetzt die zusätzliche Option, was immer gut ist. Und ich bin sicher, dass sich viele Leute darüber freuen werden. Was denkt ihr? Meint ihr, ihr werdet die Überblendungen in Zukunft viel nutzen? Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Hat dir das ganze geholfen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Kanal und mir mit einem einfachen Daumen hoch oder gar Abo und kleiner Glocke helfen magst, dass ich auch weiterhin solche Gratis-Tutorials produzieren kann und du sie auch nicht verpasst, wenn sie rauskommen. Dafür jetzt schon ein riesen Dankeschön und ich hoffe euch im nächsten oder vielleicht in einem dieser Videos wieder zu sehen, die YouTube-Mind ihr auch gesehen haben müsst. Bis dann, bleibt gesund!